Hallo, in diesem Video sehen wir, wie wir zum Beispiel einer Freundin eine Postkarte aus dem Urlaub schreiben können. Diese Aufgabe passt gut zur B1-Prüfung. Liebe Sophia, danke für deine Postkarte aus Spanien. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich war diesen Sommer mit meiner Familie in Florida. Wir waren zu viert und haben eine Rundfahrt gemacht. Wir sind in Miami angekommen und dann nach Key West und Orlando gefahren. Das Wetter war fast immer heiß und feucht. Am besten hat es uns in Key West gefallen. Weil es dort viele kleine Inseln und einsame Strände gibt. Außerdem haben wir das Haus eines Schriftstellers besucht. Aber leider habe ich seinen Namen vergessen. Die beste Zeit, Florida zu besuchen, ist meiner Meinung nach im Dezember und Januar. Außerdem kann ich dir wenn wir uns treffen, einige gute Restaurants empfehlen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Viele oder liebe Grüße, Pauline. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Achtung, auch in diesem Video habe ich wieder zwei kleine Fehler eingebaut. Könnt ihr sie finden? Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020